ich sehe jeden epic namen der mein creator code im item shop einträgt also falls ihr mit mir zocken wollt einfach aua im item shop und kommentiert euren epic games namen und ich werde euch zu 100 prozent ja wir können mit fully fully verschwenden muss aufpassen dass über uns niemand ist ja bro dicker was ist das warte ich bin boxwärts weil die haben eine zeit mit schwert mit denen gut der bei dem moral fest teilbekommen auch bis aber im 114 gegeben Kannst du runter? Komm runter! Ah, danke! Flipp, schief! Hast du noch jemanden? Ja, komm runter! Einfach runterboxen wieder! Egal, sie braucht auch wieder alles, ne? Keine Ahnung. Ja, Bruder! Oh mein Gott, ich hab einen! Oh mein Gott, 7x! Einfach safe spielen! Du kommst eh kein Leben! Einfach gehen! Ja, hieb ich, hieb ich! Ich hab das Blätter! Hast du gechoked? Ja! 100! Ja, ihr Hunde! Dann noch hier wieder weg! Cracked, äh, cracked! Mit Pulsweifel, mindestens 80! Ah, die Hundesöhne, dicker! Ich hab eh noch, hier ist eh noch ein bisschen zwei hier, aber drei Impulsweifel, doch nicht greift an, Lucky! Ich hab den mit dem Pulsweifel angeschossen aus Prinzip, weil er ein Hund ist! Soll ich einen Clipdys trinken? Ja, was ist es vielleicht einmal? Ich hab den mit dem Pulsweifel ge... Flasch einmal, und dann kann man rotieren, oder? Ah, ich bin am überlegen, ob wir einfach Skybase mäßig rüberbauen sollen! Ja, Bro, lass, wir haben eh genug, weil ich hab kein Metal, soll ich aber so hoch? Ja, mach einfach, mach einfach, mach einfach! Mach einfach, mach einfach! Einfach machen, okay! Lass'n wir solche! Lass'n wir so stayen! Ja, ja! Ja, okay! Ich geh'n bisschen weiter hinter, sodass, wenn die versuchen zu spleaven... Ja, aber du bist doch nicht inser, ne? Digga, wir machen Skybase! Ja, aber wenn wir spleaven, ich weiß nicht! Egal, lass'n wir chillen! Wir gehen weiter hochmoving! Wir gehen, wenn wir spleaven, gehen wir dreimal nach oben mit Schwerd, okay? Oh, das ist diese komische Sauen, Digga! Egal, wegen weiter hoch, Digga! Schieß einfach nicht, schieß einfach nicht! Soll ich so fe- 4er-Layer machen, oder so? Ich bin mir eh genug, Metz! Äh, ja, mach einfach! Dann komm mal back, komm mal back! Dann kann ich hier so... Okay, leise, lass'n wir so endern! Okay, okay, okay! Bruder, was ist das? Einfach 4er- 4er-Layer! Bruder, was ist das für ein Cup? Wie viel Metz hast du noch? Ich hab nicht so viel... Warte, komm her! Ich hab 0-500-500! 0-500-500! Also... Aber hast du noch ein paar Harz? Wurde eigentlich egal! Ja, wow, okay, reicht! Nimm, nimm, nimm! Nimm! Digga, ich bin Cap! Nimm, nimm! Okay, Digga, jetzt bin ich wieder Cap gefühlt! Digga, ist das witzig! Digga, das ist ja so behindert eigentlich! Egal, egal! Wenn du einen Heavy snipen kannst, mach, ne? Ich hab, ich hab weggelegt für's, äh, Ding! Achso, achso, ja, okay! Ich wollte nur da oben, Heavy snipen! Digga, ist das witzig! Ey, ne, ne? Okay! Vier Teams! Es ist nur ein du! Ein anderes du nur noch! Ja! Digga, ich kann nicht mehr! Die checken halt auch nicht, dass wir hier oben sind, die Braindeads! Mhm! Und so weiter, warte! Come back, come back! Wenn's lief! Ja, wir, wir fallen, wir fallen! Wir gehen einfach nach oben, ja! Wir gehen einfach nach oben, ja! Warte, die war aufgereiht zu blieben! Ne, haben die nicht! Egal, Scheiß drauf! Ich! Du bist runter, das ist das runter! Jetzt einfach irgendwo landen, dass wir hier landen, also dass wir oben landen! Ich bin tot, baby! Baby tot und... Ah! Ich deckept der Solo, Bro! Nein, nein, nein! das war so eine geile runde bis die hundesöhne kommen müssen es war zu ein prozent sehr gut keine ahnung weiß ich jetzt nicht genau genau du stehst du hast du was du machen kannst diesen ebrand schau dir die mal an und checken nicht mal dass du dort bist einzig du und machen gar kein spät in der bau drei boxen oder zwei metal boxen ja eine metal box reicht der bau da beim stein den kannst du dann abfahren muss maybe ein solo holen der bau ich hole den und das auch ich habe ich hätte sogar hier auf keine ahnung ob er die sohn wird also wirklich die er nicht immer noch entdeckt das ist also alles so verrückt ich schätze nicht mal wo die sonne ist aber hier hier bin ich hier bin ich ja du bist so komisch kannst du irgendeinen holen aber wie langsam die sonne ist digger nein das ist alle box am ende hinlauf wie soll ich sowieso irgendetwas die da oben machen wir kurz auf dass ich sie aber man kann die doch leicht blieben oder nicht doch hier kann man nicht das recht endlich noch mal zeit langsam ehrlich weiß ich aber vielleicht wird erst mal will er dich ich will ihn eigentlich ach ja schade okay jetzt wird spannend 50 holz bilds nur noch das kann man so werden das wird schon ich bin in hat er jetzt bin ich ganz in digger drei solos also zwei andere solos und einen das ist es halt einfach muss die märz das ist es halt einfach recht sich selbst hinter dir selbst egal ist eigentlich schon wichtig ich bin auf du bist du hast du bist du bist du bist du bist du bist du bist du hast da eine am bohr hinter dir ist eine auf jeden fall als solo ohne metz deswegen also oder er war genug ich weiß es gerade nicht weil ich habe nicht auf dings geachtet ich habe genug genug wenn ich viel aufstehen kann dann gewinnt das irgendwie so vor dem berg das war vielleicht nicht so ja da 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 könnte was liegen es ist nur so los ja alles go he love happy der beste farm ist noch bricke und das hat geweckt weg mein gott der gast mit direkt tot und wo war das hinter uns der emmelt hinter uns gehen haus oder so was heißt er machen ja das war sogar der wo du meintest dass er krass ist wir brauchen 13 punkte wegen top 50 er ist one shot legit one shot push ihn bitte stark der andere ist one shot hiel dich schnell er ist hier unten jetzt geht er hoch er läuft da man hat glaubt du musst du trinken irgendwie er müsste pampen auch noch scheiße tut das let's go rio du bist der beste oh mein gott nein das kann alles nicht sein und du bist du ja die koppel mythischer wixer waffe wo wie kann man nein er macht mit seiner komischen paketen fein oder so ich habe es nicht durchbekommen was nein ich habe es nicht durchbekommen schaffst du schon ich habe keine milz 144 stark ich komme ich kann nicht ich habe es gemacht wenn sie so eine abonnierung kommentiert nicht vergessen das war ich sag dir ehrlich die letzten drei runden waren anlage wir hätten uns so wollen können aber dieser kraft waren sich komplett komisch das hat schon angefangen leben so viel mehr gerissen egal haut rein leute